willkommen ja unter den letzten beiträgen waren ja auch wieder oder bei einem letzten video waren ja wieder jede menge kommentare darunter was die gabel betrifft und also mir war klar dass sie kam dass sie gar so einen kleinen knick macht aber es gibt ja keine maße irgendwie wie weit dieser knick ist deswegen habe ich gesagt irgendwie hier einmal habe ich das ausgemessen und vielen dank an alle die sich daran beteiligt haben und die zu ihrem moped gegangen sind und das vermessen haben das gleiche ergebnis also ist diese gabel hier nicht krumm ich habe hier auch noch mal eine gabel original nagelneu alter lagerbestand und weiß nicht kann man es erkennen ja also der knick ist circa so zehn zwölf grad macht die den knick so und die ist hier unten richtig schön fest geschweißt also das ist schon in ordnung scheint ja auch noch mit von der boxer 1 zu sein weil ich noch die schwarze kappe hat aber wer weiß das so genau so also das thema mit der gabel ist geklärt denn so war ja der luftfilter mit löchern da wurde mir jetzt einer geschickt und ist sogar auch ein neuer originaler die hat jo zeichnis drauf das dgm ist drauf also ich hätte letztes mal als ich das video aufgehört habe habe ich war ich irgendwie so im warnen man kennt das ja dann ist man irgendwo in so wie sagt man heute in so einem flow und da habe ich den motor eingebaut den fing auch erst mal an es aus dem vergaser raus zu sauen und da ist wenn man dieses kleine stück wo der benzinschlauch drauf kommt das ist ja geschraubt und eine dichtung oben eine dichtung die oben die dichtung die war eigentlich gar nicht mehr da deswegen habe ich hier schon neue dichtung das sind diese kleinen das sind die für oben und das sind die großen für unten so dann sind die dichtung damit fertig den luftfilter mache ich gleich und dann kann es hier eigentlich auch weiter gehen ich will gleich mal gucken ob sie einigermaßen anspringen jetzt jetzt steht sie ja seit einer woche mal gucken ob sie ordentlich anspringt nicht wundern dass das alles ein bisschen rappelt auspuff ist noch nicht fest der motor ist auch noch nicht richtig fest gezogen weil ich werde gleich hinten neuen reifen drauf ziehen und dann muss das hinterrad noch mal raus deswegen habe ich auch noch den keilriemen noch nicht drauf und erst wenn da hinten neuer schlauch neuer reifen drauf ist dann kommt das hinterrad fest und dann spanne ich den keilriemen und dann ziehe ich natürlich auch erst den motor und den auspuff fest ja dann war ja hatte ich ja gesagt hier mit diesem motor den man mir vorbeigebracht hat und da haben wir eine gesagt naja das ist ein nachbau gehäuse es gibt keine original tuning gehäuse und das ist eben halt dieser malossi mp1 und es gibt auch natürlich original keine gehäuse die mit membran einlass sind also das ist schon komplett anders und billig kann man dieses ding sowieso nicht bezeichnen weil allein das nackte gehäuse kostet ja schon 200 euro und dieser motor mit 9 zylinder zylinder kopf ich weiß jetzt nicht was für eine kurbelwelle drin ist aber ich nehme an da baut man ja eigentlich eine voll wangenwelle rein vergaser luftfilter und diesem ganzen schickimicki ist allein der materialwert von dem motor 650 euro ich finde billig ist das nicht und diese mp1 gehäuse eigentlich laufen die auch aber gut da können wir uns noch drum was damit ist die müsste ich jetzt erstmal hier ich weiß gar nicht mehr wohin hier mit dem ganzen kram wohin so ja also heute ist geplant reifenschläuche vorne hinten neuer keilriemen ist auch da für die boxe neue schläuche sind da neue felgenbänder sind da also es ist einiges da was sagt ihr denn eigentlich mit dieser neuen youtube geschichte youtube hat ja jetzt erkannt oder beziehungsweise ist es ja jetzt so dass youtube werbeblocker erkennt und die ersten male kamen auch sie benutzen einen werbeblocker ja ich benutze werbeblocker weil ich sage irgendwie diese ewigen dauereinblendung von werbung nerven mich deswegen habe ich auch gesagt bei mir wird keine werbung eingeblendet wobei ich jetzt schon gehört habe das wohl bei teilweise bei meinen videos trotzdem werbung eingeblendet wird weil youtube ja auch mal gesagt hat also wenn du nicht am monetarisierungsprogramm teilnimmst früher war es so nur wo die leute am monetarisierungsprogramm teilgenommen haben da wurde werbung geschaltet logischerweise aber die die das nicht machen und ich mache es nicht da wird jetzt trotzdem werbung geschaltet und jetzt bin ich da auch so langsam etwas sauer weil jetzt anfangs war youtube noch sie benutzen einen werbeblocker und dann lief da so eine kleine sanduhr ab und dann konnte man trotzdem gucken dann kam irgendwie du kannst nur noch drei videos gucken und dann ist ende wenn du nicht dein werbeblocker deaktiviert und irgendwo oder du kaufst youtube oder du abonnierst youtube premium youtube premium kostet ich glaube 11 euro 95 oder irgendwie sowas also quasi teurer als netflix und natürlich youtube stellt die plattform bereit und diese ganzen geschichten aber ohne die leute die videos hochladen ist youtube gar nichts und dass sie dann nicht mal den leuten anbieten die selber videos hochladen von mir aus können sie da eine grenze machen ab so und so viel gesamtklicks auf alle videos ab so und so viele abonnenten ab so und so viel weiß ich nicht was dass man sagt irgendwie die leute kriegen youtube premium wenigstens deutlich günstiger warum soll ich jetzt ich erstelle videos ich habe jetzt glaube ich 385 videos erstellt und die leute gucken das und die klicken das und das finde ich natürlich auch schön aber wenn youtube jetzt sagt irgendwie wir schalten da auch werbung und und dann frage ich mich langsam warum soll ich mir die mühe machen hier und videos machen damit youtube damit geld verdient weil ich will damit kein geld verdienen ich will es einfach nicht das ist so ein ding das ist nicht meins ich hasse werbung wie die pest überall wird man damit bombardiert und noch dazu mit einer werbung wo ich manchmal sage dafür kriegt so ein creative director irgendwie ein paar tausend euro das hat so einen schwachsinn irgendwie und es gibt auch irgendwelche leute in den firmen die entscheiden oh toller werbeclip oder den nehmen wir wo du dann manchmal denkst irgendwie für intelligenzlose menschen aber genug aufgeregt wir wollen ja hier weitermachen ich wollte jetzt gucken ob sie anspringt ich kann ja vorher mal den luftfilter gegen den neuen tauschen bei den anderen den hatte ich ja da hatte ich erst mal die lager zugeklebt aber bei dem thema werbung kann ich mich echt aufregen das geht mir so auf den zünder werbung weil sie schwachsinnig ist und weil heute alles nur noch irgendwie es geht nur noch um werbeeinnahmen ich bin ja auch kein großer fan von irgendwelchen sportgeschichten aber wenn wir mal in der tagesschau dann teilweise mal so irgendwas sieht von irgendwelchen sportgeschichten und beim handball haben sie jetzt schon auf dem spielfeld schon werbung die spieler kann es gar nicht mehr erkennen vor lauter werbung wo lege ich denn jetzt diese ganzen sachen hier mal hin dass ich das nicht vergesse dem besitzer nachher alles wieder mitzugeben so der einsatz hier rein und die schelle ist falsch rum drauf da kommt ja so drauf und muss dann hier von der seite aus an die schraube dann kommen um das festzuziehen ich denke das ist ein original der geht aber ganz schön schwer drauf muss ich ein bisschen hebeln ich könnte das auch noch nie schnupps wer sitzt auf dem bein auch hier noch nicht und schon wieder es ist aber auch und jetzt nicht mehr So, und jetzt kommt der Augenblick, wir ziehen die Horm auf, wollen wir sehen, ob sie Kaltstarter braucht oder nicht. Eigentlich waren wir noch hier drin. Vielleicht doch, das ist sogar ein bisschen Gas geben. So, und jetzt kommt der Augenblick, wir ziehen die Horm auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da kann man jetzt einfach mal gucken, wo kommt das Geräusch her. Aber warum läuft der so scheiße? Warum geht der raus? Das Geräusch her. 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 Geräusch her. Das Geräusch her. Geräusch her. das 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 Geräusch her. Jetzt hier. Das Geräusch her. Das Geräusch her. Das Geräusch her. Aber so lockert dann doch wieder nicht. Die sitzen manchmal etwas stramm und man kriegt sie kaum über die Achse gesteckt. Deswegen weite ich sie eigentlich nur ein bisschen auf und lasse dann doch jetzt die ... Oh Gott, hier ist jetzt der Filz noch drin. So und das war hier wieder neu. Die Modelsbremse. Wie das Bremsschild hier hält, ist wieder 19. Mal sehen, wie der sich den Wolf dreht. Und wenn ich unten den Bremszug löse, der ist so ausgefranst, dann müsste ich da also auch wieder einen neuen Zug reinbauen. Und der ist nur auf diesem überstehenden Ende so ausgefranst. Der restliche Zug ist nämlich eigentlich in Ordnung und das wäre eigentlich Blütsinn, da einen neuen Zug reinzusetzen. Also muss man ein Tod, muss man sterben. So und hier ist noch so eine kleine Hülse drunter. So und hier haben wir jetzt das gleiche Problem. Das Radlager ist noch gut. Ganz klein bisschen Spiel, das können wir gleich nochmal nachstellen. So und hier halten wir den jetzt mal fest. Drehen wir auf der anderen Seite. Mit dem Konuss Schlüssel. Mit dem Konuss etwas stremmer. Da war auch schon das Problem. Die Kontermutter war nicht richtig fest hier. Oh! Ein ganz klein fein Draht hier. So, nichts wackelt. Dreht schön leicht. Die Bremstrommel sieht von innen super aus. Gibt es nichts zu meckern. Also können wir jetzt hier Ventilgeschichte lösen. Das sind hier die original, auch noch die original Staubschutzkappen, die sie damals genommen haben. Die werden wiederverwendet. Da nehme ich nicht die neuen, die da mitgeliefert wurden. Wenn wir das wenigstens noch ein bisschen schöner original ist. So, wo ist jetzt mein Ventilklau? Ich glaube, ich ändere mal eben die Position für euch. Das ist ja irgendwie auch blöd. So, das ist ein bisschen besser. So, wo ist jetzt mein Ventilklau heute? Dann habe ich ja zwei. Einmal den langen hier mit. Der geht aber nur vorne, weil hinten ist die Narbe natürlich dicker. So, schön ins Tiefbett drücken, den ganzen Scheiß. So, dann nehmen wir wieder Tierhiebelchen. Das sieht hier alles sehr entspannt aus. Der ist schon schön weich. So, dann nehmen wir ein bisschen Rost rein. Das sieht nicht so schön. Das ist hier für einen Knoten. Wie kommt der unten fest? Ne. Der geht raus. So, dann kann man den schon wieder nehmen. aber ist noch der originale hier ist ein bisschen rost jetzt nichts dramatisches aber das felgenband gut gut dann mache ich das hier mit dem rost ein bisschen sauber dann kommt da ein neuer reifen drauf so es ist jetzt einigermaßen sauer reifen habe ich schon mit matsche eingeschmiert wen es interessiert 2 17 das sind heidenau m3 habe ich genommen weil er dem original profil am ersten entspricht drauf kriegen schon wieder so ein bisschen nach gewirkel aus aber wir gucken jetzt kommt die alte geschichte den schlauch ein bisschen aufpusten aber auch nur so weit dass er gerade so ein bisschen die runde form annimmt den da rein friemeln weil dann kann ich sicher sein dass ich keine falten drin habe in dem reifen und ja der wird natürlich vorher noch teil komisiert dazu kommt er in die teilpunkt tüte rein und dann wird die tüte ein paar mal ordentlich geschüttelt und schon ist er teil komisiert so wie gesagt ein bisschen aufpumpen bis er rund ist und dann kommen wir die namen rein so soll der dann aussehen schön mit talcum eingepudert jetzt musste er hier mal rein geknetet werden natürlich geht das etwas einfacher wenn er nicht aufgepumpt aber dafür hat man dann schnell eine falte drin und dann mache ich das doch lieber so so jetzt ist er schon fast drin so ist fertig ich habe ihn jetzt aufgepustet er ging eigentlich relativ gut drauf das ist auch ein grund heilenau reifen zu nehmen und man hat hier ein zentriering auf dem reifen so hier diesen diesen strich hier und der soll überall gleichmäßig sein das heißt also wenn der zentriering hier irgendwie 4 mm oberhalb ist und da ist er verschwunden dann wurde das rad so hoch das ist hier optimal ja so macht reifen wechseln da auch spaß jetzt wird hier die matsche noch ein bisschen abgewischt weil die wird nachher so ziemlich weiß und das sieht scheiße aus einmal ein bisschen sauber wischen und dann wie sieht die bremse hier auch in sich aus belege sind noch brauchbar ein bisschen anschleifen das reicht so noch ein kleiner hinweis die achsmuttern formen wir haben eine seite flach und eine seite ist so leicht angefasst die angefasst kommt natürlich nach außen weil sonst habe ich hinterher natürlich keinen richtigen keine klare verbindung hier zur scheide das wäre natürlich dann auch äußerst doof so wo habe ich jetzt hier noch wo habe ich jetzt hier noch so wunderbar könnte man eigentlich auch vielleicht mal gabelöl kontrollieren wenn wir schon dabei sind das soll sein bis auf über getriebe bis einfüllöffnung so und da sehen wir da kommt schon mal nix raus und auch hier ist der dichtring gerade weniger atomisiert da kommt gleich ein neuer dichtring drauf da füllen wir gleich öl ein wie sieht es auf einem anderen holm aus wahrscheinlich auch nicht besser ne wie sollte es auch eine seite ist extrem undicht aber das würde mich auch wundern wenn die nach der zeit kein öl verloren hat so dann mache ich mal eben hier die dichtungsreste ab und dann füllen wir noch ein bisschen öl nach so da kommt 20W Forkenöl rein und das müssen wir natürlich wieder mit so einer Spritze aufziehen da kommen wir da unten rein mit der Spritze oder müssten wir eigentlich ja jetzt nehmen wir da einfach mal ein bisschen was auf 10 Milliliter habe ich jetzt aufgezogen und jetzt ist immer die gute Frage ist das Ding jetzt voll oder kleckert das einfach nur nach ne ist voll und dann drehe ich erstmal die eine Schraube hier rein das wird nichts mehr rausgekleckert und hier machen wir die Dichtung sauber das sind auch nicht mehr die original Schrauben die hat mal eine abgesägt quasi mal gucken ob ich welche habe die besser vom Gewinde her sind oder ist das doch steht Olio drauf Olio auch Olio hmm sehen die die Schrauben mal Piatua so dann machen wir erstmal hier die Riegelscheibe los ja an der Gabel fehlt die links und rechts ungefähr 10 Milliliter was im Klartext bedeutet wenn ich mich recht erinnere ist das ein Drittel und die Riemscheibe hier ja die muss auf jeden Fall ein bisschen sauber gemacht werden das ist ein bisschen Gammel ich habe das Gefühl die Eier hat ein ganz klein bisschen aber das sieht so weit alles ganz gut aus ach so jetzt muss man gucken was wir die Bremse ausgehängt kriegen mal sehen reicht das dass ich die hier ausnehmen kann wahrscheinlich gerade eben nicht ne ach das ist doch wieder ein Scheiß ich versuche das jetzt gerade am Lenker den Bauten so ein bisschen zu entspannen mit der Stellschraube ach doch gerade ebenso weil das ist hier auch immer so blöd das alles auszuhängen so jetzt brauchen wir 17er Schlüssel die geht schon mal los hier kommt mal wieder so ganz beschissen ran an die untere die löst sich auch ja die löst sich auch dann gucken wir hier auf der anderen Seite Achtung die wilde Fahrt geht los also die Kette muss auch runter ne die ist schon ganz lose was ist das schon wieder für ein Scheiß die ist komplett lose aber ich krieg sie nicht hier über den über den Spanner rüber gehoben also wo ist das Schloss da ist das Schloss da war auch schon mal einer bei das ist zwar hier nicht so dramatisch aber auch in der Ende ne doch dreht ja so rum Quatsch was rede ich für ein Unsinn mit dem Motorlauf dass das so gerappelt hat das scheint tatsächlich zu sein wenn ich den Motor festziehe läuft sie ruhig und da der vorher mit den Schlossschrauben da drin war die ja gar nicht richtig festgezogen werden können ist dann auch erklärt ich woher das geklappert kam so den hängst du eben so runter und da komme ich auch wieder nur mit der Knarre ran und hier kommt man sowieso immer ganz bescheiden ran weil das Kettenritzel da so blöd davor sitzt nicht gut oh das hat sich wohl schon mal jemand gedacht und hat gedacht dann ziehe ich sie gar nicht erst richtig fest oder was und hier ne shit und hier fertig und wieder geht die führte fahrt los jetzt müssen wir hinten alles hochhegen damit wir das hinterher rauskriegen so und jetzt müssen wir hier dieses Kettenrätsel lösen da habe ich mir jetzt nochmal einen Schlüssel für angeschliffen wo ist der? etwas schmaler geschliffen damit ich hier genau dazwischen komme ein normaler 36er Schlüssel ist zu breit damit kommt man nicht zwischen das Ritzel und das Lagerschild so Lagerschild abnehmen ist noch gut große überraschung ist aber doch ganz schön dreckig da drin und da scheint hier der Simmerring auch undicht zu sein das ist mit Fett eingepinselt wir können ja mal sehen wie viel Öl da noch drin ist aber das Ding muss auf jeden Fall sauber gemacht werden hier machen wir das mal eben vielleicht hört man es draußen schon ja wie sei es so schön? es frischt auf so das Getriebe habe ich mal sauber gemacht das Öl stinkt furchtbar also das wird auch nochmal zerlegt sauber gemacht neu abgedichtet und dann kommt da frisches Öl rein aber jetzt haben wir ja hier erstmal nochmal den auch den alten Reifen auch den alten Reifen da machen wir doch mal gucken ob wir hier also das ist jetzt nicht Wind das ist hier die Luft aus dem Ventil also Vogelfahrt mache ich heute nicht mehr weil ich glaube jetzt geht es langsam ein bisschen los aber soweit ich heute gehört habe aus Flensburg da ist wohl schon eher irgendwie ein bisschen Spaß in der Bude naja aber die Felge vorne übrigens hat doch ein bisschen ist doch schon ein bisschen angegangen das war an der Stelle die die natürlich nach oben zeigte und unten sah das alles schick aus so bei dem Reifen braucht ihr jetzt auch nicht nochmal dabei sein das ist das übliche ich glaube wenn ich das Getriebe gleich aufmache dann hole ich euch nochmal dazu so jetzt regnet es noch draußen Wind hat nachgelassen alter Schwede ich glaube es geht los hier ich glaube es geht los hier das ist fest jetzt noch das hier ein bisschen schräg einschneiden in den Stift hier als Gremse halleluja hier hat aber einer richtig festen Ballert ich vermute dass es gerade reinsetzen ich vermute dass es boah ihr kennt das sicher altes Getriebeöl ne das stinkt aber gut immerhin die Gewinde für die Hinterachsschrauben sind nicht durchstoßen das ist immer schon mal sehr gut also ich nehme nicht an dass hier irgendwas ist mit dem Getriebe aber der Simmering glaube ich auf der anderen Seite der ist ein bisschen hier klemmt er noch ein bisschen jetzt kommt er ja ja da ist ein Gewinde aber ich ticker da nur ein bisschen drauf davon geht das nicht kaputt alte Dichtung das ist alles das ist alles das ist alles tippitoppi das ist alles tippitoppi da hat es also auch noch genug Öl drin das ist immerhin vielleicht doch nicht kaputt aber ich habe einen da also was soll der Geiz und der ist immerhin hier sieht ein bisschen eingelaufen aus das machen wir auch mit neu das soll's das wäre jetzt blüht das nicht zu erneuern also raus damit aus waschen neu zusammensetzen so dann nehmen wir eben hier die alten Dichtringe raus oh ja der ist hart wie Beton der geht noch aber gleich gehen so dann nehmen wir hier eine Lappe machen das hier sauber und drücken den Saarring hier rein bündig und das gleiche mache ich hier auch nochmal und das gleiche mache ich hier auch nochmal so und hier kommt auch ein neuer so das ist doch schon mal gut der muss noch ein bisschen nachgesetzt werden hier oh dafür haben wir hier so einen Klopfer das ist schick so komm schon zack ein bisschen eingeölt Ausgleichsscheibe drauf also Anlaufscheibe drauf dann kommt die Achse in der Reihenfolge hier die Feder hier die dünne Scheibe und hier oben ist auch nochmal eine Anlaufscheibe die kommt allerdings natürlich erst zum Schluss drauf da muss ja noch das große Zahnrad drüber das heißt das kommt so rein und so spann ich das jetzt erstmal ein damit mir der gegen Federdruck nicht immer wieder nach oben hüpft so da kommt jetzt das große Rad drauf zwar mit der großen Fläche also nicht da wo die Markierungen sind mit den Zähnenzahlen sondern mit der großen Fläche nach oben weil die nachher hier gegen die beiden Zapfen vom Ausrückhebel gehen die kommen so das können wir schon mal ein bisschen verdrehen beziehungsweise jetzt müssen wir erst die kleinen Räder erst die kleinen Räder einbauen und zwar jetzt kann ich mal gucken das kommt hier rein die Lager kriegen alle erstmal ein Schuss Öl so und das ist noch ein altes Getriebe ohne Ausgleichsscheiben die neueren haben ja Ausgleichsscheiben so kommt das hier rauf die Zähne nicht überein doch jetzt so so einmal ein bisschen Öl überall und dann passt das und jetzt muss man wenn man das hier dreht aufpassen weil in dem Moment wo das große Zahnrad sich so dreht dass es hier über die Stifte kann dann springt das nämlich hoch so dann machen wir die Dichtfläche eben noch ein bisschen sauber dann nehmen wir uns mal ein neues Tuch beim Deckel auch nochmal beim Deckel auch nochmal so jetzt kommt hier die Dichtung und zwar so 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 hier braucht man eigentlich in der Regel keine Flüssigdichtung so jetzt sind wir den auch nochmal ein bisschen einöbeln und jetzt nehmen wir die Schrauben an aber erstmal nur andrehen und dann gucken wir mal ob es leicht geht ich drehe die Schrauben ich drehe die Schrauben eben mal kurz an so ich habe jetzt zwei Schrauben gegenüberliegend erstmal angezogen dann merkt man nämlich auch schon geht es schwer oder geht es nicht wenn es schwer geht dann sitzen irgendwelche von den Anlaufscheiben nicht richtig meistens die hier unter der Eingangswelle aber das sieht gut aus gut dann drehe ich eben den Rest zusammen dann kommt die Bremse wieder rein und dann können wir das eben einsetzen so und jetzt kommt wieder die alte Geschichte mit dem der kriegt hier in der Führung erstmal klein bisschen Fett bis der sich da dreht bis der sich da dreht nur eine kleine Spur da steht da nichts über und draußen ist ein bisschen Wind so und jetzt haben wir hier immer die Geschichte die Geschichte jetzt machen wir erstmal dann kommt hier die Scheibe drunter dann kommt der Sicherungsring da drüber da müssen wir mal aufpassen dass der eigentlich abhaut weil wie das immer so ist mit Sicherungsringen die entwickeln ja schnell mal ein Eigenleben der ist drauf jetzt kommt immer die Geschichte mit dem Bremse einhängen mal gucken ob ich das noch ein bisschen dieses Federstück muss ja hier in das Loch und da gibt es im Werkstatthandbuch eine Anleitung wie man sich dafür ein Werkzeug baut und das habe ich hier auch und das blöde ist immer nur man kann es dass man sich da man kann das nicht man kann sich hier nicht so richtig das ist blöde das so zu hebeln man rutscht da schnell weg aber jetzt hängt sie schon mal ein klein bisschen drin jetzt brauche ich hier nur noch einen kleinen Schlag kleinen Schlag war wohl nix so jetzt so und jetzt ist es drin und alles gut also das Werkzeug sieht so aus genaue Anleitung ist im Reparaturhandbuch ist hier so eine kleine Kerbe drin dass die Feder da greifen kann und dann kann man das die Feder hier einhängen und dann so rüber ziehen so die Bremstrummel ist von innen auch wieder sauber reinpacken so und da fragt ihr der Besitzer mit dem Abstand hier aber da kann ich an dem Abstand kann ich letzten Endes überhaupt nichts ändern der ist ja fest vorgegeben so jetzt kommt das Lagerschild hier wieder rauf seht ihr jetzt Lagerschild einfach aufstecken das Ritzel wieder drauf das ziehe ich jetzt mal einfach ein bisschen fest das zieht sich ja nachher wenn man antritt das Moped antreten will zieht sich das von selber fest so und jetzt haben wir hier das dreht sich wunderbar das Getriebe dreht sich auch wunderbar fertig zum Einbau so das Hinterrad ist wieder drin für die die es genau wissen wollen die Hinterachsbefestigungsmoderne für die Narbe 36 bis 54 Newtonmeter relativ weiter Bereich aber so ist es angegeben Öl habe ich aufgefüllt 60 Kubik SAE 80 60 Kubik ist relativ weil wenn es hier wieder rauskommt aus der Einfüllschraube ist es ok dreht wunderbar leicht und leise dann hänge ich die Bremse wieder ein und dann kann der Keilrim drauf und gespannt werden und dann bin ich auch gespannt so also nicht wirklich euch wundert dass ich immer so auf die Kamera ausschalte aber ich muss ein bisschen auf den Akku achten der ist nämlich kurz vor Ende neuer Keilrim RMS für die die es interessiert der hat die Größe 11,45 x 9,3 manche schreiben auch 11,40 x 9,5 also es ist wirklich immer unterschiedlich so der ist drauf den Motor hatte ich schon wieder geflöst bis auf die scheinbar und hier ist los jetzt gucken wir mal wie weit können wir den nach vorne drücken nach vorne drücken die muss ich nochmal richtig lösen jetzt hat man ja hier diesen kleinen Hebel den drücke ich jetzt einfach nach vorne und dann ziehe ich hier schon mal fest dann kann der sich nicht mehr verstellen so jetzt kann ich Auspuff festziehen Motor festziehen Fahrradkette wieder drauf machen und das sieht doch schon mal gut aus alles wieder zusammengebaut dann ziehen wir dann auf ach ich muss noch einen Sprit rein kippen so jetzt aber Benzinhahn auf und jetzt hoffe ich mal bloß mal sehen ob sie Kaltstarter haben will es frieren wollte sie ja nicht so wirklich bisschen Gas geben und dann du der 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist eine. Der Situ bringt natürlich was, aber sie läuft definitiv besser. Nur warum ist denn dieser Auspuff hier, der ist doch nicht verstopft. Ich puste noch nicht mehr kräftig. Also, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Der Auspuff ist frei, aber sie läuft einfach mit dem Auspuff, dreht sie einfach. Ja, logisch, nicht so hoch. Jetzt müsste man eigentlich mal gucken, wie schnell läuft sie mit diesem Auspuff. Aber mit dem anderen Auspuff hat sie ja auch keinen richtigen Leerlauf gehabt. Also, gut, aber jetzt läuft sie. Also, schon ein bisschen komisch. Also, ich kenne das normalerweise ein bisschen anders. Aber was hier nun Sache ist, also es sind ja Kolbenringe neu, es ist Korbelwellenlager neu, es ist Simmering neu. Aber ich habe eben auch schon nochmal beim Vergaser mit Bremsenreiniger abgesprüht. Die zieht keine Nebenluft und nichts. Ich bin allerdings trotzdem der Meinung, dass eine 44er Düse zu klein ist. Es ist zwar nur ein 12.7er drauf, aber ich meine, es gehört eine 45er rein. Das wird jetzt nicht den weltbewegenden Unterschied machen, aber letzten Endes muss man es abstimmen, wenn man fährt. Nur bei dem Wetter fahre ich nicht. Da warte ich jetzt noch ein paar Tage, bis ich mal einen trockenen Tag, vielleicht ist es am Wochenende nochmal eine Stunde trocken. Dann kann ich damit mal eine Runde fahren und mal gucken, wie sie so läuft, wie sie so Gas annimmt. Also Kraft hat sie, wenn ich die Bremse ziehe oder so, dann will sie das Hinterrad schon drehen. Klar, ich ziehe die Bremse jetzt natürlich nicht voll Power, aber man merkt, also Kraft ist schon da. Ja, also entweder ist es jetzt das letzte Video dazu und ich werde erst im nächsten Video berichten, was dann draus geworden ist. Oder ich muss nochmal ran nach der Probefahrt, das werden wir sehen. Also, nochmals, bis zum nächsten Mal. Tschüss.